Einen wunderschönen guten Tag heute live aus Offenburg von Systemvertrieb mit Dirk Kreuter. Und ich habe immer wieder gefragt, was treibst du mit dem Dirk Kreuter? Wenn ich dann sage, ja, ich war bei der Mastermind, habe einen Vortrag gehalten, dann sagen manche, okay, du hältst einen Vortrag. Dirk, erzähl mir die Konstellation, Dirk Kreuter, Albert Bachmann. Es gab irgendwann mal beim Schmidt-Kolleg einen Tag, da warst du Redner und ich Redner. Und da habe ich dich kennenlernen dürfen, schätzen lernen dürfen, lieben lernen dürfen und habe gedacht, wow, der hat was zu sagen, das ist ein echter Systemunternehmer, so geil. Und seitdem war Albert immer wieder Gast bei meinen Masterminds, früher beim Million Dollar Sunday in Österreich. Wir haben dich einmal nach Mallorca eingeflogen zur Mastermind. Dieses Jahr warst du in Hamburg bei der Mastermind. Immer als Überraschungsgast, als Bonus obendrauf. Du hast die Leute immer alle mega begeistert. Und jetzt haben wir einen Online-Kurs zusammen gemacht, weil wir gesagt haben, das ist eine super Kombination, gerade für Friseure oder für die Kosmetikbranche. Den haben wir gemacht, der ist jetzt am Black Friday rausgekommen. Und im nächsten Jahr gibt es ein Seminar, das ist das Folgeseminar von Systemvertrieb, bei Systemvertrieb 2, da wird Albert dann ganz offiziell auch auf der Bühne sein in dem Seminar und alle drei Tage dabei sein, auch richtig als gesetzter Referent. Und da freue ich mich sehr drauf, weil du hast einfach ein paar Sachen, die bringst du so glaubwürdig rüber, das bist du einfach. Und da gibt es keinen Grund für mich zu sagen, okay, ich kann das Gleiche erzählen, das ist nicht das Gleiche. Wenn du das sagst und wenn du das präsentierst, dann ist das viel authentischer. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk. Wir hatten hier schon eineinhalb geile Tage und es kommen noch mal eineinhalb geile Tage. Ich sage jetzt schon Danke und freue mich einfach auf ein geiles Jahr, das wir zusammen haben. Sehr gerne. Nicht nur ein Jahr, das wird noch weitergehen. Okay, also liebe Grüße in die beide Welten, Servus. Ciao.